Wir sind in den Bergen Österreichs unterwegs und dokumentieren, wie man sieht, wieder mal einen Wintereinbruch. Wir sind auf der Großglockner Hochalpenstraße von 2300 Meter. Hier ist der höchste Berg Österreichs zu finden mit über 3700 Meter. In der Früh wollten wir eigentlich noch höher, aber man hat es uns verboten. Die Gemeinde gekommen und die, die hier diese Straße über haben, haben gesagt, hier gibt es kein Weiterkommen. Man hat Schneeketten eingefordert im August. Winterreifen haben wir zwar. Ja, so sind wir auf 2300 Meter gestrandet. Macht aber nichts. Ihr seht, es ist auch hier Winter geworden. Man konnte gut beobachten, ab 2000 Meter ist der Regen sehr schnell in Schnee übergegangen und wenige hundert Meter später war schon die Fahrbahn völlig mit Schnee bedeckt. Und da die Temperatur knapp unter dem Gefrierpunkt liegt, eist das natürlich sofort an. Ja, wir sind hier beim Mankeiwirt. Das ist der Herbert neben mir. Dann kann ich dir am besten fragen über das Wetter. Aber fangen wir vielleicht mit dem Mankei an. Viele in Deutschland wissen wahrscheinlich nicht, was das Mankei ist. Was ist ein Mankei? Mankei ist ein Murmeltier, das in den Alpen lebt, im Winter schläft, lebt bis drei Meter tief in der Erde und der ist natürlich höchst wetterempfindlich. Mit den Murmeltieren oder mit dem Mankei hat es ja was auf sich. Die sieht man ja öfters, wenn es schneit und ein bisschen eisig ist auf der Straße. Und das hat ein ganz bespäde Bewandtnis. Was hat es damit auf sich? Na ja, gerade im Frühjahr, wenn die Straße frisch gekramt wird oder auch so wie jetzt, wenn es schneit und die Temperatur runtergeht, müssen sie ja ein wenig salzen. Also Mineralien ist ja Salz. Und das lieben diese Tiere. Das ist dann ganz gefährlich nachher, weil es mitten auf der Straße Salz schlecken und du fährst mit dem Auto zu, wie die gehen keinen Decker weg. Bei uns ist so ein Wettereinbruch nichts Besonderes eigentlich. Wenn ein Tiefdruck kommt und der Wind und die Feuchtigkeit dazu, dann schneit es da heroben. Was man schon beobachten kann, es ist, ich bin so lange heroben, die Winde werden ein bisschen mehr, stärker, aggressiver, öfter. Die Erwärmung ist schon da. Also am Hochdorf, 2500 Meter hat es vorher 26 Grad plus gehabt. Man sieht ja auch, wie die Gletscher ausschauen. Also da spürt man schon was, dass irgendeine Veränderung einfach da ist. Man will es nur nicht wahrhaben. Gut, ich danke dir. Ich gebe ihm jetzt noch eine Nuss, wenn ich darf. Und dann haben wir noch eine schöne Abschlusseinstellung. Direkt vom Mankai wird das Wahrzeichen hier am Großglockner. Hey, Mankai. Flo heißt er, Flo. Schau. Bussi. Danke dir, Herbert. Gerne. Ja, und wir schauen auch diesmal wieder, wie viel hat es geschneit. In wenigen Stunden, muss man sagen, weil es hat eigentlich erst in der Nacht hier zu schneien begonnen. So um vier, fünf Uhr früh ist der Regen erst in Schnee übergegangen. Dann ist es kalt geworden. Also schauen wir mal, wie viele Zentimeter wir hier haben. Also ich würde hier sagen, genau fünf Zentimeter Neuschnee. In fünf Stunden hat es hier fünf Zentimeter geschneit auf rund 2300 Meter. Ja, die Straßen werden hier geräumt. Die Schneepflüge sind hier fleißig im Einsatz und sie salzen auch, damit das nicht anlegt, weil es eben unter Null Grad hat. Ja, und trotzdem hat müssen ein Autobus heute Morgen absagen, der mit 40 Gästen hier zu einem Wirten gekommen wäre. Aber er hat keine Winterreifen und somit konnte er heute leider nicht rauf fahren. Das war es auch schon hier aus den Hochalpen auf 2300 Meter und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Mein Name ist Andreas Stiedl von Wetter Online hier von der Großglockner Hochalpenstraße. Ciao.